Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Katja, du sortierst später wieder die sportlichen Neuigkeiten. Sehr gerne, ja. Guten Abend. Dann blicken wir jetzt auf die Themen an diesem Dienstag. Dritte Insolvenz in wenigen Jahren. Galeria Karstadt-Kaufhof ist wieder Pleite. Tausende Mitarbeiter bangen um ihren Job. Vor dem Streik im Bahnverkehr. Ab zwei in der Nacht legt die Lokführer-Gewerkschaft GDL wieder weite Teile des Zugverkehrs lahm. Erinnerung an die Ikone des deutschen Fußballs. Die Sportwelt trauert um Franz Beckenbauer. Für Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof kehrt eine Unsicherheit wieder, die sie nur allzu gut kennen dürften. Deutschlands letzter großer Kaufhauskonzern hat wieder Insolvenz angemeldet, zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren. Wie schlecht es für die Warenhauskette lief, verdeutlicht diese Entwicklung. Nach der Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt 2020 gab es deutschlandweit 175 Filialen. Viele mussten seitdem schließen. Waren es vergangenes Jahr noch 129, sind es heute nur noch 92 Filialen. Jetzt also Insolvenzverfahren Nummer drei. Und das bedeutet auch, mehr als 15.000 Beschäftigte müssen wieder um ihre Jobs fürchten. Mehr von Sven Rieken. Die Wintersonne scheint auf eine der lukrativen Filialen des Unternehmens, das Karstadthaus in der Hamburger City. Von einst 1.000 Mitarbeitenden sind hier 250 geblieben. Die Umsätze stimmen und doch müssen auch die Kunden nun schon zum dritten Mal ein Insolvenzhaus betreten. Und ich habe gerade vor einer Woche noch eine Kundenkarte hier besorgt. Aber ich bin da sehr deprimiert eigentlich. Ich will es nicht hoffen, denn irgendwie finde ich doch, wäre es doch schön, wenn hier in der Stadt doch noch wenigstens Karstadt-Kaufhof bleiben könnte. Seit heute Vormittag heißt es nun Insolvenzverfahren, eingereicht am Amtsgericht in Essen. Drei große Aufgaben haben Insolvenzverwalter und Geschäftsleitung. Für die Häuser müssen die Mieten runter. Das Unternehmen braucht dringend neues Geld, also einen Investor und es braucht neue Ideen für neue Kunden. Das heißt allerdings nicht, dass alle Häuser erhalten bleiben. Stand heute haben wir 92 Filialen, die werden wir Stand heute weiter betreiben. Aber wie gesagt, die Vermittlungsgespräche müssen noch laufen und dann müssen wir die Konsequenzen ziehen. Mit René Benko kam nicht der erhoffte Wandel, sondern wurde alles komplizierter. So muss der Insolvenzverwalter über Mietsenkungen mit vielen verschiedenen Unterfirmen verhandeln, teilweise auch mit deren Insolvenzverwaltern. Immerhin, die Löhne der Mitarbeiter sind erstmal gesichert. Wir haben jetzt den Insolvenzgeldzeitraum bis Ende März. Die Agentur hat mitgeteilt, dass Insolvenzgeld auch in diesem Verfahren gezahlt werden wird. Hoffnung und Wahrheit liegen zumindest in der Hamburger City nur eine Straßenbreite weit auseinander. Diese geschlossene Filiale ist auch für die verbliebenen Mitarbeiter gegenüber. Eine stete Mahnung, wie es auch enden kann. Trotz juristischer Unsicherheiten hat der GDL-Streik wie geplant vor gut einer Stunde begonnen. Zunächst im Güterverkehr. Um zwei Uhr Nacht soll dann der Personenverkehr folgen. Das letzte Wort hat aber das Landesarbeitsgericht Hessen. Dort wird in diesen Minuten über eine Klage der Deutschen Bahn entschieden, die den Streik noch verhindern will. Unabhängig vom Ausgang des Eilverfahrens gilt morgen ein Notfahrplan der Deutschen Bahn. Mehr von Isabel de la Vega. Die GDL will streiken. Für mehr Geld. Vor allem aber eine kürzere Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Für Millionen Reisende gilt ein Notfahrplan. 80 Prozent der Züge fallen aus. Jeder muss umplanen, weil alle betroffen sind. Gut, die Leute, die dann arbeiten gehen, können dann ein Homeoffice machen. Aber sonst, ja, man ist ein bisschen hoffnungslos. Ich wollte am Freitag zurückfahren. Und werde dann wahrscheinlich am Samstag halt fahren. Ich frage mich dann schon, ob es nicht auch andere Lösungen geben könnte, die dann nicht so sehr zulasten der Kundinnen und Kunden der Bahn gehen würden. Die gab es offenbar nicht. Ein neues Angebot der Bahn zu flexibleren Teilzeitmöglichkeiten schmetterte die GDL ab. Das verbesserte Angebot ist ein vergiftetes Angebot. Die Arbeitszeitabsenkung ist selbst zu finanzieren. Das ist großer Schwachsinn. Das hat mit der Forderungslage nichts zu tun. Die Bahn versucht bis zuletzt, den Streik per Gerichtsbeschluss zu verhindern. Derzeit wird noch vor dem hessischen Landesarbeitsgericht verhandelt. Bahnkunden sollten jetzt den Notfahrplan checken und können, falls ihr Zug gestrichen wurde, die Kosten zurückbekommen. Alternativ kann das Ticket auch nach dem Streik noch genutzt werden. Und? Bei den aktuellen Streiks ist es so, dass die Bahn das Bulanzangebot gemacht hat, dass die Zugbindung wegfällt. Das bedeutet, ich kann mit meinem gebuchten Ticket auch auf andere Verbindungen umsteigen. Zum Beispiel auch, wenn ich ein Nahverkehrsticket gebucht habe und auf den Fernverkehr umsteigen möchte. Mehr Infos über Umbuchungen, Erstattungen und die Gültigkeit von Tickets gibt es auf der Seite der Deutschen Bahn. Zu viel Bürokratie und keine gerechte Bezahlung. Dagegen haben die Hausärzte in Deutschland zuletzt immer wieder protestiert. Darum heute ein Krisentreffen mit dem Gesundheitsminister. Ein Ergebnis, das Ende der Honorar-Obergrenze. Bedeutet, Hausärzte sollen künftig keine festen Budgets mehr zugeteilt bekommen. Die waren ja problematisch, weil das Geld teilweise vor Quartalsende aufgebraucht war und Ärzte dann quasi unbezahlt weitergearbeitet haben. Mehr von Heike Slansky. Ob Hausärzte oder Fachärzte vielen niedergelassenen Medizinern reicht es. Zu viel Bürokratie, zu wenig Zeit für Patienten, zu gering der Ertrag am Ende des Monats. Auch deshalb haben tausende Praxen zwischen den Jahren gestreikt. Wenn eben eine gewisse Leistung nicht mehr vergütet wird, dann wird sie eventuell nicht mehr erbracht. Wenn ich Termine deswegen nicht mehr zur Verfügung stellen kann, weil eben das Geld nicht da ist, dann fehlt es halt auch an der Versorgung. Überfüllte Praxen, Aufnahmestopp mancherorts, Versorgungsengpässe. Deshalb Krisengipfel beim Bundesgesundheitsminister mit Ärzteschaft und Krankenkassen. Lauterbach will nun den Hausärzten entgegenkommen, verspricht ein neues Vergütungssystem, das den wirtschaftlichen Druck nehmen soll. Dass nicht im Vordergrund steht, wie oft muss ich den Patienten einbestellen, um das volle Honorar auslösen zu können. Sondern die Vorhaltepauschale und diese Ganzjahrespauschale, die gibt es für die Einschreibung. Und dann wird auf medizinischer Ebene entschieden, ob da tatsächlich der Besuch in der Praxis notwendig ist. Auch Fachärztevertreter fordern die Aufhebung der gedeckelten Honorare, fanden aber beim Minister vorerst kein Gehör. Wenn die Fachärzte und Fachärzte entbudgetiert würden, würde es wieder mehr Termine für die Patientinnen und Patienten geben. Das heißt, das lange Suchen nach einem Facharzttermin könnte dann wieder ein Ende haben. Das bedeutet natürlich, dass auch möglicherweise die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung steigen müssen. Die Versorgung soll besser werden, umstritten allerdings. Zu welchem Preis? 2024 wird ein Superwahljahr in Deutschland. Viele Parteien nutzen darum, ihre traditionellen Klausuren zu Beginn des Jahres um erste Themen zu setzen. So auch die Grünen. Sie forderten erneut einen gesetzlichen Mindestlohn von 14 Euro. Die letzte Anhebung sei größtenteils durch die Inflation aufgefressen worden, sagte Grünen-Chefin Lang. Außerdem will die Partei eine schnelle Entscheidung über Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Jetzt nach Frankreich zu einem politischen Neustart. Der erst 34-jährige Gabriel Attal wird neuer Premierminister des Landes und damit der jüngste Regierungschef in ganz Europa. Präsident Macron reagiert so auf schlechte Umfragewerte vor der wichtigen Europawahl und auf Querelen innerhalb seiner Partei. Über die Erwartungen an den politischen Shootingstar und Macron-Vertrauten berichtet Anna Warsberg aus Paris. Ex-Premierministerin Bourne übergibt weniger als 24 Stunden nach ihrem Rücktritt schon das Amt. An ihn, Gabriel Attal, 34 Jahre alt, bisher Bildungsminister und jetzt jüngster Premierminister, den Frankreich je hatte. Ich möchte den Franzosen sagen, dass sie immer auf mich zählen können, dass der Präsident und ich ihnen jede Stunde, Minute und Sekunde widmen werden. Er gilt als enger, vertrauter Macrons, medienpräsent, eloquent. Und er soll neuen Aufschwung bringen. Laut Umfragen liegt Macrons Partei nämlich momentan hinter Marine Le Pen's rechtsextremer Partei Rassemblement National. Und das vor den anstehenden Europawahlen 2024. Das Jahr, in dem auch die Olympischen Spiele in Paris stattfinden sollen. Ein Event, an dem Macron das Land sicher als, zumindest nach außen, geeinigt und handlungsfähig präsentieren will. 2023 war das Jahr der unbequemen Reformen. Erst die Rente, dann das umstrittene, verschärfte Zuwanderungsgesetz. Musste Elisabeth Bourne ohne Mehrheit im Parlament durchboxen. Gabriel Attal schaute ihr da noch zu. Attal müssen wir jetzt erstmal kennenlernen. Er hat bisher eine sehr schnelle Karriere hingelegt. Deshalb kann man seine Fähigkeiten, den Staat zu lenken, noch nicht beurteilen. Dabei hängt es jetzt von den Geschicken des neuen Premierministers ab, künftig Mehrheiten im Parlament zu organisieren. Und damit steht und fällt auch der Erfolg von Macrons restlicher Amtszeit. Kann der frühere US-Präsident Trump strafrechtlich verfolgt werden wegen Vorgängen in seiner Amtszeit? Darum geht es heute vor einem Bundesberufungsgericht in Washington, D.C. Obwohl er selbst nicht zum Termin geladen war, nimmt er persönlich teil. Die Anhörung bezieht sich auf ein Verfahren gegen Trump wegen versuchter Manipulation nach der Wahl im November 2020. Seine Anwälte argumentieren, Trump habe als Präsident absolute Immunität genossen und könne nicht für Handlungen von damals verfolgt werden. Bundesaußenministerin Baerbock ist weiter auf Nahostreise. Heute hat sie die Grenze zum Gazastreifen besucht. Im ägyptischen Rafah forderte sie einen leichteren Zugang für humanitäre Hilfen. Es könne nicht sein, dass sich Trucks tagelang staunen, sagte Baerbock. Zuvor hatte sie sich mit dem ägyptischen Amtskollegen getroffen und für eine Feuerpause geworben. Vergangene Woche in Portland, USA. Eine Boeing vom Typ 737 Max musste notlanden mit einem Loch in der Außenwand. Kurz nach dem Start hatte sich ein Teil vom Rumpf gelöst. Einige der 177 Passagiere an Bord erlitten leichte Verletzungen. Jetzt wird klar, der Flieger der Alaska Airlines ist kein Einzelfall. Weitere Fluggesellschaften fanden an ihren Maschinen gleichen Typs ebenfalls lockere Schrauben. Thomas Gonsio. Zwischen Zweigen, ein Flugzeugteil. In einem Gärtchen in Portland, eine Art Tür. Sie zeugt von einer beinahe Katastrophe. Vor vier Tagen, eine 737 Max 9 wie diese hebt ab. Sieben Minuten später, das Teil ist rausgerissen. Neben den Passagieren, schwarzer Himmel in 5000 Metern Höhe. Es gab einen lauten Knall, das war unglaublich angsteinflößend. Drei Reihen vor dem Loch sitzt Kelly Bartley. Ein Passagier ist näher dran. Der Sog riss sein Shirt vom Körper. Der Sicherheitsgurt hat ihm das Leben gerettet. Die Landung dann sicher. Nun laufen Untersuchungen. Ermittler sagen, es löste sich eine Platte auf einem möglichen Notausgang. Verschlossen, weil hier nicht gebraucht. Alle zwölf Befestigungen haben sich gelöst, sodass das Teil aus dem Rumpf flog. Und die Ursache? Kontrollen gebe es regelmäßig. Verschleiß scheide wohl aus, so Experten. Das Flugzeug war ja relativ neu. Das hatte überhaupt erst 230, 240 Flüge hinter sich. Von daher muss es sich um einen Herstellungsfehler gehandelt haben. Möglich also, dass Boeing oder ein Zulieferer schlampte. Auch bei weiteren typgleichen Maschinen. Dort fanden sich nun lose Schrauben und Teile. Betroffen Alaska Airlines, United Airlines. Immerhin. Für Flugreisen in Europa besteht keine Gefahr. Die Zahl der 737 Max 9 in dieser Konfiguration, die in Europa fliegen, ist sehr überschaubar. Ein Dutzend seien es. Alle werden überprüft. Jetzt schon gewiss, die Zweifel an Boeing werden nicht kleiner. Südkorea will bald das Schlachten von Hunden beenden. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Demnach sollen das Töten und die Zucht von Hunden sowie der Verkauf ihres Fleisches zum Verzehr ab 2027 illegal sein. Verstöße werden dann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft. Hundefleisch zu essen hat eine lange Tradition in Südkorea. Noch immer gibt es etwa 1100 Zuchtfarmen. Wer wissen will, wie wir in Zukunft leben, der sollte nach Las Vegas schauen. Dort auf der CIS, einer der größten Technikmessen der Welt, haben viele der wichtigsten Aussteller nichts weniger als den Beginn einer neuen Ära ausgerufen. Die Zeit der künstlichen Intelligenz. Und tatsächlich verblüffen immer mehr Anwendungen, auch im Bereich Gesundheit. Benjamin Daniel berichtet. Künstliche Intelligenz. Das ist gefühlt die Überschrift der diesjährigen CIS. Fast kein Produkt kommt mehr ohne sie aus. Dieser Spiegel beispielsweise trifft anhand eines Gesichtscans Aussagen über meinen Gesundheitszustand. Blutdruck, Cholesterinspiegel, Herzinfarktrisiko, vieles mehr. Einige Werte hatte ich erst vor kurzem beim Hausarzt checken lassen. Und tatsächlich, sie stimmen ziemlich genau. Während des Scans werden Blutflussmuster unter ihrer Haut analysiert. So können Aussagen zu Vitalzeichen oder Erkrankungsrisiken getroffen werden. Das ist zwar keine Diagnose, aber ein präzises Risikoprofil. Diese Drohne transportiert Laborproben und Medikamente. Sie ist leise, schnell, klimaschonend und kann zum Be- und Entladen an Fensterbänken andocken. Alles vollautomatisiert. Die KI hilft auch, wenn es Probleme am Himmel gibt. Bei all der Technologie-Euphorie geraten kritische Aspekte in den Hintergrund. Dennoch setzen sich Entwickler natürlich auch mit Fragen zum Datenschutz oder Gefahren von KI auseinander. Wer geht wie mit welchen Daten um? Wer entwickelt Modelle? Was machen diese Modelle? Das wissen wir eben oft nicht. Und deswegen muss man so ein bisschen Skepsis davor haben. Angst würde ich sagen nicht, weil wir haben natürlich immer noch die Kontrolle über solche Systeme. Es liegt also in unserer Hand. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. So, jetzt zum Sport. Und Katja, die Fußballwelt trauert nach dem Tod von Franz Beckenbauer weiterhin. Ja, vorgestern starb der Fußball-Kaiser im Alter von 78 Jahren. Und die Zahl derer, die ihre Trauer zum Ausdruck bringen, die steigt stündlich. Darunter sind auch viele internationale Fußballgrößen. Und in München wird ab morgen ein Kondolenzbuch ausliegen. Abschied nehmen von einer Fußball-Legende. Blumen an der Bayern-Geschäftsstelle Säberner Straße und am Geburtsort von Franz Beckenbauer in München-Giesing. Aber natürlich auch weltweit die zahlreichen Reaktionen zum Tod des Kaisers. Gary Lineker, Beckenbauer, einer der größten des Fußballs, der alles gewonnen hat, mit Eleganz und Charme. Ruhe in Frieden, das wünscht auch Lionel Messi. Und David Beckham würdigt ihn als wahren Gentleman. Sportartübergreifend der große Respekt. Dirk Nowitzki, er hat die letzten Jahrzehnte wie kein anderer geprägt. Einfach einer der größten. Also wenn man so eine Sportgröße wird, ist, dann muss man das ja auch erstmal schaffen, als Mensch so zu bleiben, wie der Franz das geschafft hat. Anerkennung für die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Und auch, wenn es Schatten in dieser sonst so großartigen Karriere gab. Eine mögliche Feier in der Münchner Arena wäre ein würdiger Abschluss für einen der ganz Großen. Im Handball hofft nicht nur Bundestrainer Alfred Gislason auf ein Wintermärchen. Morgen beginnt für die Deutschen in Düsseldorf die EM mit dem Spiel gegen die Schweiz in der Fußball-Arena von Düsseldorf. Heute das Abschlusstraining, morgen dann der Weltrekord. 53.000. Noch nie haben so viele Menschen live ein Handballspiel gesehen. Rückraumspieler Julian Köster ist voller Vorfreude. Alle haben einfach Bock auf dieses Heimturnier, auf dieses erste Spiel hier vor so einer Rekordkulisse. Von daher, ja, beste Bedingungen. Es geht gegen die Schweiz. 18 der letzten 20 Duelle hat die DHB-Auswahl gewonnen. Aber Vorsicht, sieben Schweizer spielen in der deutschen Bundesliga, darunter Torjäger Manuel Zehnder. Der Druck morgen, der liegt auf jeden Fall bei den Deutschen, weil sie gewinnen müssen hier im eigenen Land. Aber auch wir haben uns hohe Ziele gesetzt. Wir wollen die Deutschen morgen schlagen und wollen auch eine Runde weiterkommen. Für die Deutschen gilt, verlieren verboten, denn im Turnierverlauf warten noch Nordmazedonien und Olympiasieger Frankreich. Wahrscheinlich gegen die Schweiz keine Niederlage erlauben dürfen, weil dann warten ja vermeintlich noch stärkere Mannschaften. Von daher wissen wir, dass das erste Spiel ein Endspiel ist, aber darauf sind wir vorbereitet. Das Ziel, ein Wintermärchen wie 2016. Da wurde Deutschland zuletzt Europameister. Und das Spiel gibt es dann morgen. Wo zu sehen? Im? Ah, ZDF? Ja, genau. Dankeschön, Katja. So, Sie können sich warm anziehen weiterhin. Wetterdetails gibt es gleich von Christa Orben. Wir empfehlen Ihnen ab 21.45 Uhr das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Vom gesamten 19 Uhr Heute-Team, liebe Grüße, vielen Dank und einen schönen Abend für Sie. Guten Abend. Unser Kälthoch verlagert seinen Schwerpunkt jetzt etwas weiter in den Norden. Das verändert für uns aber nichts. Wir liegen immer noch in seinem Einflussbereich. Und das heißt, es geht weiter mit diesen trocken, kalten Wintertagen. Heute Nacht kann es allerdings noch mal leicht schneien zwischen dem Schwarzwald und dem Bodensee. Auch im Norden ist der Himmel durch Nebel oft bedeckt. Sonst aber sternenklar. Das heißt, es kühlt wieder richtig aus. Meist auf minus 5 bis minus 14 Grad, vor allem über Schnee. Nur direkt am Wasser und am Oberrhein ist es weniger kalt. Morgen bleibt es bei dem Dauerfrost. Minus 1 bis minus 4 Grad. Nur an der See und in den tiefen Lagen des Südens und des Westens zeigen sich leichte Plusgrade. Dazu scheint wie heute auch oft die Sonne. Und dieser unangenehme, eisige Ostwind ist etwas schwächer. Das bedeutet aber auch, dass sich die Nebelfelder wieder etwas deutlicher ausbreiten. Vor allem hier im Nordosten. Einige Nebelfelder halten sich auch im Südwesten. Und da, wo diese Nebelfelder bleiben, da gibt es nur 0 bis 2 Stunden Sonne morgen. In einem breiten Streifen in der Mitte aber 6 bis 8 Stunden. Und damit ist das maximal Mögliche dabei. Am Donnerstag gibt es in der Mitte und im Süden nochmal viel Sonne. Von Norden her wird es dann aber etwas wolkiger und auch etwas weniger kalt. Tschüss.